Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Bevor ich in die Thematik reingehe, könntest du dich kurz mal vorstellen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Birgit Englert. Ich bin am Institut für Afrika-Wissenschaften als assoziierte Professorin tätig im Bereich Geschichte und Gesellschaften. Ich bin auch die Vizestudienprogrammleiterin eben zuständig für die Curricula der Afrika-Wissenschaften. Universitäten werden oft als aufklärerische Instanz verstanden. Also ich bin der Überzeugung, sie sollten es sein. Aber natürlich, es ist immer ein Ringen, ein sich Annähern an gewisse Maßstäbe und es gibt ganz sicher kein einheitliches Verständnis davon, was denn jetzt diese Inhalte sind, auf die wir uns da alle einigen. Das ist das Wesen der wissenschaftlichen Debatte, dass es unterschiedliche Positionen gibt, unterschiedliche methodische Herangehensweisen, unterschiedliche Erkenntnisse. Warum muss dieses Verständnis mit Vorsicht genossen werden? Warum muss das hinterfragt werden? Es ist einfach essentiell, dass wir unser wissenschaftliches Tun immer neu reflektieren, also immer wieder diese Meta-Ebene einnehmen, überlegen, okay, aus welcher Position schauen wir jetzt da auf welche Fragestellung und mit welchen Methoden nehmen wir ein Thema in den Blick und was haben wir für Linsen bei der Interpretation. Also, dass man all das natürlich immer wieder offenlegt und auch sich selbst hinterfragt, was Frau ausblendet oder nicht. Also es kann nie darum gehen, alles in den Blick zu nehmen. Wir brauchen eben größtmögliche Offenlegung der Perspektive, der Methoden, die gewählt werden. Und das klingt alles so selbstverständlich, aber ich denke schon, dass das oft nicht ausreichend getan wird. Welche Rolle spielten Universitäten in imperialen und kolonialen Bestrebungen? Da ging es natürlich immer darum, auch Herrschaftswissen zu liefern. Wissen, dass es der Kolonialherrschaft ermöglichte, die Herrschaft auszuüben. Und das zeigt auch, Wissensproduktion findet ja immer als Teil von gesellschaftlichen Debatten statt. Also es ist ja nie etwas, was komplett getrennt davon betrachtet werden kann. Und somit, ganz klar, haben Universitäten da eine entscheidende Rolle gespielt. Auch welchen Einfluss haben die Universitäten auf solche Bestrebungen gehabt? Aber jetzt genauso umgekehrt inwiefern, beeinflussen koloniale Strukturen und Denkmuster die Universität, Universitäten, das universitäre System bis heute. Man kann natürlich mal ganz allgemein sagen, dass unsere Gesellschaft generell natürlich noch geprägt ist von kolonialen Strukturen, ganz unabhängig davon, ob jetzt Österreich im engeren Sinne keine Kolonien hatte. Es geht um ein Verständnis von Kolonialität im weitesten Sinne, vor allem in ökonomischer Hinsicht, das Ausbeuten von Rohstoffen und Vorteile, die sich westliche Firmen verschaffen in der Hinsicht, die auf kolonialen Praktiken, auch wie der Landnahme zum Beispiel, natürlich zurückzuführen sind. Natürlich haben wir da in unserer Gesellschaft auch heute Strukturen und die Universität steht eben nicht außerhalb, sondern steht innerhalb dieser Gesellschaft. Am problematischsten vielleicht in der Frage tatsächlich auch, welche Themen werden überhaupt als relevant erachtet, um erforscht zu werden. Wie gehst du dann in deiner Lehre, in deiner Lehrtätigkeit damit um, dass es eben solche kolonialen Kontinuitäten gibt, die sich in deiner Disziplin, aber natürlich auch auf der Universität insgesamt widerspiegelt? Was für uns in den Afrika-Wissenschaften, glaube ich, zentral ist, ist eine Afrika-zentrierte Lehre zu machen, was bedeutet, dass wir versuchen, Afrika wirklich ins Zentrum der Analyse zu stellen. Das heißt auch afrikanische Fallbeispiele, die wir untersuchen, nicht als abgeleitet von europäischen theoretischen Konzepten irgendwie so dranzuhängen, sondern zu kontextualisieren, in den Mittelpunkt zu rücken. Wir sind damit konfrontiert, dass in den Afrika-Wissenschaften Forscherinnen aus dem globalen Norden es in der Regel leichter haben, in den höher geränkten Fachzeitschriften zu publizieren, als Kolleginnen von afrikanischen Universitäten beispielsweise. Das hat mit verschiedenen Aspekten zu tun. Zugänglichkeit schon einmal. Viele der prestigereicheren Zeitschriften sind hinter Paywalls. Wenn die Universität sie nicht abonniert hat, dann sind sie für Forscherinnen nicht zugänglich. Es gibt zunehmend natürlich Open Access Initiativen, die versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Es ist aber nicht nur dieser finanzielle Aspekt, es ist natürlich auch geknüpft mit sprachlichen Fragen. Ich meine, das betrifft uns hier in Österreich auch. Also um mit den anglophonen Zeitschriften mithalten zu können, brauchen wir in der Regel auch Finanzierung für Korrekturlesen. Weil du ja auch gesprochen hast von eben, wer forscht, wer überhaupt den Zugang hat zu Publikationen, wer schreibt überhaupt afrikanische Geschichte, wer hat überhaupt die Möglichkeit, afrikanische Geschichte zu schreiben? Die Möglichkeit, sag ich jetzt mal ein bisschen polemisch, hat natürlich grundsätzlich jeder. Aber die Frage ist, wessen Geschichten werden auch tatsächlich dann gelesen und rezipiert? Da haben wir wieder diese vielen Barrieren, wessen Texte erreichen wen. Also ich glaube wirklich, dass die Open Access Initiativen da das Um und Auf sind. Klar, um mich in einer wissenschaftlichen Debatte zu etablieren, komme ich um den wissenschaftlichen Fachartikel nicht herum. Dann muss ich da natürlich diese Formate auch beherrschen, wenngleich ich sie natürlich auch weiterentwickeln kann. Also gibt es ja auch ganz spannende Ansätze. Wie kann man zum Beispiel Fachartikel vielstimmiger machen, dass man ein bisschen wegkommt von dieser Idee, dass eine Person allein da ihr Wissen präsentiert? Gibt es etwas, was du jetzt noch sehr wichtig findest, wo es um Wissensproduktion geht, um koloniale Kontinuitäten, eben im universitären Rahmen, was du unbedingt noch erwähnen möchtest? Was ich schon sehr wichtig finde, ist, dass tatsächlich alle Perspektiven wahrgenommen werden sollten, als Stimmen, die in einer wissenschaftlichen Debatte ihren Platz haben. Da hätte die Universität aus meiner Sicht auch die Aufgabe, da eben wirklich sicherzustellen, dass es eine Freiheit der Lehre und der Forschung gibt. In der Forschung gibt es natürlich eher eine Freiheit, weil man sich ja auch an internationalen Debatten orientiert. Und die internationale Debatte ist in der Regel multiperspektivischer als die österreichische Debatte, das ist ganz klar. Also das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie von außen drauf schauen und sagen, okay, rein oder raus. Also das passiert und das finde ich problematisch, sondern wir müssten sehr viel eher im Stande sein, zu begreifen, dass diese Kämpfe an der Universität darum, wer in welchem Rahmen überhaupt zu Wort kommt, eben ein Teil von dieser Debatte sind. Also dass das nicht so ein Blick von außen sein kann, sondern das ist ein Ringen darum, wie bestimmte Konzepte definiert werden, wessen Stimmen gehört werden. Und das passiert immer wieder. Da zeichnet sich dann auch ab, wie die Machtverhältnisse konstruiert sind und die Freiheit der Lehre ein Ideal ist, das immer wieder neu errungen werden muss, sagen wir vielleicht so. Danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir darüber auszutauschen. Das hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Danke für die Einladung.